in rettet ihr werdet ja ich sollte sagen ein wach der die lackierung angeht und zwar wenn man hier was weiß ich man will die eine drauf machen dann wird auf einmal auf alles drauf gemacht man kann nicht mehr auf eine irgendwie eine einzige tun material hat man das nicht hier drauf ja ich weiß nicht genau was das soll oder warum das so ist aber ihr kennt die rdw ist ja immer irgendwie verpackt ja was soll man machen oder habe ich da die falsche einstellung auf jeden fall wollte ich das schon mal nur anmerken falls jemand diesen bug hat behoben kann er wahrscheinlich erstmal nicht bestimmt immer ewig dauern was man machen kann wenn man hier was weiß ich voreinstellungen hier vorher noch mal abgespeichert dass man sich hier was weiß ich die noch drauf hat ansonsten ja weiß ich nicht